Gehen alle noch mal aus dem Sattel, weil unter anderem Amin Harit kommt. Der Schalker bejubelt für den starken Unai. Gibt es eine Schlussoffensive von OM. Harit. Lodi hat er sich angeboten. Amin Harit. Und noch mal schauen, ob die Bayer 04 Abwehr bis zum Schluss von Robert Andrich zu sehen. Zurecht. Kreisstoß. Es wird noch mal heiß. Harit. Lodi. Das Regenerationstraining hier fliegt dann nachmittags zurück. Freitags das Training an der Bayer Arena und Samstag die große Saisoneröffnung. Wie man natürlich denkt. Jetzt noch mal alle Konzentration zusammen mit dem Hexenkessel. Vorbereitung, alle Spiele gewinnen. Aber jetzt mal so ein Sieg hier. So ein Ausruferzeichen in Marseille. Das wäre schon ein Spiel gut verlagert. Gutes Passspiel gezeigt. Und vor allem hier auch diesem Hexenkessel quer zu geben. Ich muss noch reinkommen, aber das sieht doch alles schon gut aus bei Roman Andrich. Nauswirka. Bis zum nächsten Mal.